hallo meine lieben kochfreunde und fans von outdoor kitchen heute mache ich eine eine kalbfleischpfanne ich habe dazu ein kilo kalbfleisch gekauft das werde ich den zwiebeln anbraten dazu grüne bohnen mit ganz ganz viel knoblauch und dann noch gedämpfter reis mit krempe die ist dazu genug geredet fangen wir an so so Bis zum nächsten Mal. 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 Und wir probieren? Ja. Ja, hau rein. Okay, was willst du zuerst? Die Erbsen. Ja, schade nur, es sind keine Erbsen drin, es sind Bohnen. Da muss ich zustimmen. Was willst du denn zustimmen? Ich hab gar nicht gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Also ich kann den ganzen Teller aufessen. Blöd nur, dass du keinen Teller hast. Das ist aber kein Teller, das ist eine Pfanne. Ja, das ist meine Tochter, das ist meine Tochter, ich glaube, ihr schmeckt's. Stimmt, Mathia? Ja. 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 Lecker. Lecker. Entschuldigung. Ich bin total überfressen, ich muss jetzt erst mal verdauen, einen Kaffee trinken. Mach das Rezept mal nach, das ist wirklich fabelhaft. Zunächst mal, euer Matti.